Okay, da kommt es dahin. Der Zombie kommt auch bald. So. Da unten steht er schon. So, aber ich will jetzt mal zurück ablegen. Oder will ich das? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht, zumindest. Ich muss ja hier jetzt noch Licht machen. Ah, der da oben geht nicht auf die Nerven. Dann zum einen muss ich hier dicht machen. So, hier nicht. Aber hier. So, dann. Da kann ich. Da kann ich auch. Nein, nein, nein. So. Dann musst du jetzt mal eben weg hier. Okay, passt. Jetzt habe ich da. Ach, deshalb komme ich hier nicht mehr raus. So, dann brauche ich hier jetzt Stein. Wenn ich den dann drauf hau. Äh, mach mir erst mal. Ja. Sammeln wir jetzt erst mal den ganzen Stein hier ein. So, vier waren es eh nicht mehr. Nur noch 15 Stück. So, jetzt brauche ich hier den Stein. Da habe ich ihn. Kann ich auch mal das hier machen. Wieder. Auch da. So, dann. Rufstein, da kommt. Da nicht. Aber hier. Okay, und hier kommt dann das hin. Und jetzt brauche ich noch einen Red Star. Und jetzt brauche ich den Kolben. Und jetzt brauche ich einen zweiten. So, und was ich noch brauche, sind zwei Schalt... äh, zwei Knöpfe. Der eine kommt da hin. Und eine der hier hin. Jetzt brauche ich einen zweiten Kolben. Und den habe ich nicht. Und ich glaube, das kann ich mir auch sparen, fast. Außer der Weg ist zu lang. Nö. Wieso leuchtet er jetzt immer? Ach, das ist ein Bug. Genau. Also, es funktioniert. Das zumindest. Wo sind denn der angefangene Bruchstein? Hier. Ah, Mist, Mist, Mist. Okay, besser. Okay, besser. Okay, der hat eine durch Aufgabe zu leuchten, aber er fährt nicht zurück. Das ist ein Bug. Äh, haben wir ja schon vorgelesen. Äh, kann vorkommen, haben wir Pech gehabt. Äh, so, dann gehen wir mal zurück. Da sind Gruber. Wieso waren da plötzlich so rote Funken? Habt ihr das auch gesehen? Also, ich habe das vorher noch nie gesehen. Okay, jetzt sind wir eigentlich fast fertig. Ich brauche noch drei klebrige Kolben. Drei Stück brauche ich noch. Oh, nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe den ganzen Schleim jetzt mitgenommen. Kann das sein? Scheiße. Da müssen wir ja nochmal ins Haus zurück. Wieso habe ich den ganzen Schleim mitgenommen? Nein! Nein! Mist! Wieso mache ich so einen Mist? Wieso mache ich so was? Scheiße. Okay, dann lassen wir das ganze Zeug halt doch noch da. Ich kann mir kein Klee-Prägenkoll machen. Das ist blöd. Weil ich kein Schleim mitgenommen habe. Ich kann... Ah! Minnow! Müssen wir halt nochmal kurz zurückgehen. Nach Hause. Buchstein, das nehmen wir aber alles mit. So, das war ein bisschen alles Buchstein. Das auch. Auch. Stein. Kies. Den Lava-Eimer könnten wir noch machen, bevor ich das vergesse. Das wäre wichtig. Dann könnten wir eigentlich auch gleich, wenn wir unterwegs sind, die Lava wieder auffüllen. Noch geht's ja. Naja. Eigentlich wollte ich in dieser Aufnahme nicht mehr nach oben zurück, aber... Egal, dann machen wir eben noch eine kleine Hunde oben. Jetzt ist er schon wieder in Kleepe. Au! So. So, dann. Wir kommen jetzt mittlerweile wieder zurückgefahren. Nein, der ist ja nicht. Jetzt. Ich weiß nicht, was das so für ein Bug ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann kommt man halt von außen nicht mehr zurück. Ah, wisst ihr, ich muss das sowieso invertieren. Das hatte ich total vergessen. Jetzt erst mal den Lava-Eimer. Die Lava-Lampe machen. So. Invertieren wir das noch schnell? Wir haben das nicht dabei. Ja, okay. Dann machen wir das später. Mist, da habe ich extra vergessen, auch noch vergessen zu invertieren. Mist. So, dann gehen wir mal da, zurück nach Hause. Wie der Willen. Leider. Ich wollte nämlich wirklich nicht mehr hoch. Ich wollte eigentlich nur noch schnell die zwei Türen, Geheimtüren machen und dann aufhören. Aber ich war ja so blöd und habe die Schleimbälle mitgenommen. Heute in der Aufnahme. Nicht nur das. Ja, doch, das ist eigentlich das einzige Problem, was ich gerade habe. Nur die Schleimbälle. Die Lava hätte ich mir auch in der nächsten Aufnahme noch holen können. Aber wenn wir jetzt eh noch mal nach oben müssen, dann kann ich sie auch gleich holen. Dauert ja eh nicht lang. Halbe Stunde wahrscheinlich. Dann mache ich halt mal vier Stunden Minecraft aufnehmen statt drei. Ist auch nicht schlimm. Können die auch, oder? Ich hoffe nur, mit den vier Stunden komme ich nicht in Folge 250. Nein, ich glaube, ich habe jetzt 210 Folgen oder sowas rein. Ich glaube, ich könnte zweimal noch vier Stunden aufnehmen, bis ich in Folge 250 drin wäre. So, dann können wir hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. Berufstein. Ja, der, der Berufstein. Das Holz lasse ich mal hier. Auch die Setzlinge. Das bleibt hier. So, dann haben wir jetzt alles mitgenommen. Finde ich super. Okay, und dann? Ja, weiß ich wieder nicht, worüber ich quatschen soll. Ich hatte heute wieder so ein tolles Thema, worüber ich quatschen wollte. Ich glaube, ich hätte locker eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde drüber quatschen können. Aber ich habe es wieder vergessen. Das ist so, morgens, wenn ich aufstehe oder am Tag davor sogar schon immer, ja, dann nimmst du Minecraft auf. Und dann überlege ich so, worüber könnte ich heute so reden? Überlege ich jetzt mal. Ja, und dann ist immer so, sowas und dann passiert irgendwas oder sowas. Oder ich lese was in den Nachrichten und dann nenne ich immer, ja, das wäre interessant. Da könntest du was eigentlich drüber reden. Und dann vergesse ich es. So, Bruchstein. So, dann haben wir noch Erde. Zack. Und nochmal. Und zu alle guten Dinge sind drei. So, dann haben wir Kies hier nur noch. Nochmal Kies. Ach, das war der Bruchstein. Das hier ist Kies. So, dann. Zack, zack. Ah, die kann man auch nur zu 16 stapeln. Okay, den ganzen Stack kann man ja da lassen. Aber den angefangenen hier, den nehmen wir mit. Schwarzpulver. Zack. Zack. Ah, okay, ist auch voll. Die Gemälde habe ich nicht mitgenommen, Mist. Isen-Erz. Kommt rein in den Ofen. Wenn er fertig ist. Nein. Dann holen wir erst die Lava. Okay. So, Jaina, reiten wir wieder. Komm schon. Komm raus, Jaina. Hallo. Ah, die hat jetzt keine... Also, das hat mir eigentlich schon recht gut gefallen. Mit den Hufen beim Misa-Ressourcen-Park. Die sind jetzt Herzen, naja. Ich bin so ein Idiot, ich habe mir gerade die Nase blutig gekratzt. Wer kratzt sich im Let's Play? Schon die Nase blutig. Wer macht so was? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Naja, jetzt war auch keine Absicht. Ich bin außerdem mit dem Fingernagel hängen geblieben. Die müsste ich mir auch mal wieder schneiden. Da links ist doch die Lava. So, bloß nicht runterfallen. Oh, oh. So, die hier will ich mir noch nicht holen. So, wenn wir irgendwo Kaninchen sehen, dann... Also, wenn ihr irgendwo Kaninchen seht, dann schreibt! Dann schreibt so laut, ihr könnt! Und anschließend in den Kommentaren schreiben. Ich muss ja wissen, wo die ungefähr sind, oder zumindest wo schon mal welche wären, zum Spawnen, damit ich die später auch mal züchten kann. Also, sammeln und züchten. So, da links ist das Dorf. Da hinten müsste also die Lava sein. Ja! Hallo, Lava! Jetzt sehen wir mal endlich fließende Lava. Also, die Lava hat mir aber eigentlich... Die Lava hat mir bei Misa auch besser gefallen. Muss ich schon sagen, die Lava hat mir bei Misa besser gefallen, irgendwie. So, viel ist es nicht mehr. Nur noch das Stück hier und hier noch ein bisschen was. Und dann haben wir das hier durch. So, Jaina, komm, wir reiten wieder nach Hause. Eigentlich könnten wir jetzt mal kurz nachdenken. Ich glaube, bei bereits vorhandenen war das ja nicht mehr im Dorf. Oder? Jetzt möchte ich mal sehen, haben die jetzt mehrere Sachen im Angebot? Nein. Eins im Herakt für Brot. Fehlen für... Oh, das wäre fast cool. Da müssten wir mal direkt irgendwann mal... Vorbeikommen, extra vorbeikommen. Schauen, was es für Angebote gibt. Und die besten Angebote, da kommen wir dann mal... Da gehen wir zurück. Holen die und kommen wieder her und dann kaufen wir einen. Und dann leveln die auch und kriegen noch mehr Angebote. Und bessere auch. Und vor allem, sie können sich jetzt... Auch die könnten sich, glaube ich, schon paaren. Und durch ein Angebot müsste das gehen. Auch bei Misas Ressourcenpack fand ich den Strich so toll. Wo man springt dann. Also, wie man am besten am höchsten springt. Oder wo es zurück geht. Und wie so war das? Oh. Wo ist mein Pferd? Hey, haben die die KI vom Pferden auch verbessert? Jane ist auf einmal intelligent geworden. Gute Nacht, Jane. Gute Nacht, Jaina. So, bis zum nächsten Mal. Ja, wenn das Haus bitte klingelt. So. Eigentlich müssten wir jetzt nur noch das Eisen reinhauen. Ah, jetzt ist es fertig. Ich glaube, das könnten wir auch sogar noch... Könnten wir eigentlich mal... Oh, scheiße. Die Schuhe sind uns kaputt gegangen. Die hatte ich total vergessen. Dass wir die noch tragen. Müssen wir uns noch welche... Noch neue machen. Mache ich eben noch schnell. So, Schuhe waren, glaube ich, so, oder? Genau. Eisenbrustpanzer. Da müssen wir aufpassen. Ich hatte total vergessen, dass die eigentlich schon hin waren. So. Machen wir das so. Zwei Stück noch. Die können wir auch noch abwarten. Jeder schnell. Und nur noch ein halbes, ein halbes. Komm schon, schneller. Fertig. So, 51 Stück, 51 Eisenbahren und 51 Kohlestücke haben wir. So, zurück zur Höhle der Elras. Wir haben jetzt alles, hoffe ich doch, was wir brauchen. Ob wir das noch schaffen? Ein Wettlauf gegen die Zeit. Das war's. Okay. So, jetzt.